Moin Leute und willkommen zum nächsten Video. Heute beschäftigen wir uns mal mit der Marketstruktur. Das heißt, ich erkläre euch ganz grob, wo es überhaupt drauf ankommt bei Forex Trading, wie die Marketstruktur aufgebaut ist, wann erkennt ihr einen Abtrend, wann erkennt ihr einen Downtrend und wie verhalten wir uns in dem Fall. Und dann erzähle ich euch nochmal was über Higher Highs, Higher Lows. Was ist das Ganze überhaupt? Das erfahrt ihr in diesem Video, also bleibt dran. So, bevor wir mit dem Ganzen anfangen, laden wir uns erstmal einen Indikator. Und zwar heißt der Higher High, Lower Low Strategie. Den laden wir uns einmal ein und ändern den einmal etwas ab. Wir machen hier vorne einmal 15 rein beim Stil. Einmal komplett alles raus, außer unsere Lower Lows, Lower Highs und so weiter. Das lassen wir soweit drin. Somit haben wir jetzt hier in unserem Chart, auf dem 1-Stunden-Chart Euro-USD, haben wir jetzt unsere Higher Highs, Higher Lows und so weiter. Und jetzt erkläre ich euch erstmal, wie die überhaupt entstehen. So, dafür habe ich euch einmal kurz hier alles aufgeschrieben. Im Endeffekt ist das nochmal so grob die Erklärung. Also ein Higher High bildet ein neues Hoch im Abtrend. Das heißt, wenn hier links seht ihr ein Higher High, das hier ist ein neues Higher High, weil das High quasi getoppt hat. Es ist nochmal oben drauf gekommen. Dasselbe beim Lower Low genauso. Wir haben hier einmal ein Lower Low und hier unten ist wieder ein Lower Low. Das heißt, sobald ein neues, tieferes Tief gebildet wird, ist es einfach so, dass es ein Lower Low ist. Das heißt, im 5-Minuten-Chart und so weiter bilden sich immer wieder Lower Lows beim Downtrend zum Beispiel. So, ich habe uns hier mal ein Beispiel rausgesucht. Ein bisschen weiter nach dem Euro-USD nach links. Da haben wir hier schöne Lower Highs gebildet und die sind alle immer tiefer, immer weiter runter. Und immer, wenn neue Lower Highs gebildet werden und dazwischen keine Higher Highs, könnt ihr euch davon ausgehen, dass das hier ein Downtrend ist. Dann könnt ihr euch schön hier rüber eure Linie ziehen und habt jetzt hier unten die Lower Lows. Da bildet ihr auch eure Linie und habt damit jetzt einen super Parallelkanal. Und ihr seht schon, alles klar, ab hier unten können wir dann den Downtrend auch traden. So funktioniert das Ganze. Im Endeffekt werden die Zonen immer genau hier durchbrochen. Ich zeige euch das einmal. Ich mache hier auch mal kurz eine Linie rein. Wir haben hier oben einmal das Higher Low, was hier auch durchbrochen wurde. Danach könnt ihr davon ausgehen, dass dann ein neues Lower Low gebildet wird. Und sobald wir hier durch sind, ist automatisch schon das neue Lower Low erreicht. Ist die Frage nur, ob es dann nochmal zurück nach oben geht. Deswegen warten wir natürlich, bis das nächste, das tiefste Lower Low, sage ich mal, was wir hier haben, bis das gebrochen ist. So, und wenn wir das Ganze jetzt hier nach unten mal verfolgen, dann seht ihr schon, dass hier wieder neue Lower Highs gebildet wurden. Das hier ist übrigens auch ein Lower Highs. Ich habe den Indikator. Müsst ihr mal schauen, wie ihr den hier am besten einstellt. Ihr könnt hier mit den Eingaben ein bisschen rumspielen. Das sind immer, wie viele Bars er dazu zählt. Wir können auch mal auf 10 gehen. Dann haben wir hier ein paar mehr Lower Highs gebildet. Jetzt müsst ihr schauen, wie das am besten in eure Strategie passt. Auch in welchem Timeframe ihr tradet. Ich habe jetzt hier gerade einen 1-Stunden-Chart offen. Da macht es jetzt Sinn, nicht unbedingt alle mitzunehmen, weil die da nicht so aussagekräftig sind. Aber generell, wir haben jetzt hier unseren Downtrend-Kanal. Hätten jetzt hier unseren Trade eröffnet. So, ich ändere das Ganze hier einmal wieder zurück, damit wir hier jetzt nicht so viele Werte haben. Auf jeden Fall könnt ihr jetzt hier wieder genau dasselbe Prinzip haben. Wir gucken uns hier einmal den Trend an. Wir verfolgen den einmal Lower Low. Hier wurde ein neues Lower High gebildet. Wieder ein Lower Low. Lower High. Lower Low. Lower High. Lower Low. Und so weiter. Und hier wird es jetzt interessant. Lower Low. Und das ist jetzt ein Higher High. Weil das Higher High quasi, also der neue Preis, der neue Höchstpreis ist höher als das Lower High. Aber da danach sofort wieder ein Lower Low gebildet wurde, war der Downtrend immer noch intakt. So, und dann warten wir wirklich darauf, dass dieses Higher High wieder gebildet wird. Aber das ist eigentlich jetzt schon ein Indiz dafür, dass die Struktur definitiv gebrochen wurde. Und wenn, sobald die Eimer gebrochen wird, ist meistens danach der Fall, dass dann die Struktur, beziehungsweise der Trend sich ändert. Nicht die Struktur, sondern der Trend ändert sich dann. Und das sehen wir in dem Fall hier auch super, dass wir von dem Lower Low hier ein neues Higher High bilden. Im Endeffekt wäre das hier auch schon eins gewesen. Aber wir nehmen jetzt dann mal, also das hier wäre eigentlich ein Higher High. Hier wäre jetzt wieder ein Lower High. Higher High. Das wäre hier auch ein Lower High. Higher High. Immer so weiter quasi. Hier haben wir jetzt wieder ein Higher Low. Aber hier gehen wir wieder hoch und haben hier ein Higher High. Das heißt, hier in diesem Bereich, wenn ihr euch das hier anschaut, das sind auch immer viele Bereiche. Da traden wir dann einfach nicht. Diese Bereiche hier sind wirklich komplett zum Konsolidieren da. Also da könnt ihr quasi Bounce Trades, könntet ihr machen. Ist aber auch immer ein bisschen risky. Man hat jetzt nicht so die besten Indikatoren. Aber wenn ihr euch das mal anschaut, ihr könntet jedes Mal am Higher High ein Short eröffnen und jedes Mal am Lower Low und Long eröffnen. Also das funktioniert hier relativ gut, sage ich mal, bei dem Beispiel jetzt. Aber ich würde es nicht empfehlen. Deswegen haltet einfach die Finger still, wenn sowas passiert und wartet auf euren Breakout. Das heißt, wir gehen hier weiter. Guckt mal, wie lange das hier ging. Immer weiter und weiter. Und hier haben wir jetzt unseren Breakout. Da. Wir haben unseren Breakout. Hier haben wir den Retest. Und hier könnt ihr dann euren Long Trade aufmachen. Und da könnt ihr euch dann auch sicher sein, dass der Long Trade funktioniert hätte. Und das wäre jetzt ein, ja, 45 Pip Trade gewesen. Und solche Trades braucht ihr. Ihr braucht davon nur einen einzigen am Tag. Wenn ihr am Tag 45 Pip schafft, da seid ihr richtig gut. Also im Endeffekt 10 Pips am Tag reichen auch schon. Aber 45 Pip, das wäre natürlich ein krasser Move jetzt gewesen. Und das ist hier auch noch ein super Fall, weil wir hier einen Double Top gebildet haben. Und danach könnt ihr dann direkt, wenn ihr den Short Trade hier seht und ihr seht, alles klar, nach dem Higher Low wird ein neues Lower Low gebildet. Das heißt, die Struktur wurde wieder gebrochen. Dann könnt ihr davon ausgehen, dass es noch weiter runter geht. Weil nach dem Double Top ist immer, oder nicht immer, ihr wisst, immer ist es nie. Aber da ist die Chance relativ hoch, dass es weiter nach unten geht. Und hier wurde auch ein, naja, kein richtig gutes M gebildet. Aber so ein bisschen vielleicht, ne. Aber das ist sowieso ein bisschen Spinnerei. Auf dem höheren Timeframe könnte man das M vielleicht noch ein bisschen besser erkennen. Beziehungsweise auf dem niedrigeren, nicht höheren. Niedrigeren vielleicht. Schauen wir mal. Ja, ein bisschen besser vielleicht kann man das erkennen. Ihr müsst mal schauen. Guckt euch das Ganze mal an und arbeitet wirklich mit den Strategien und mit der Higher High, Higher Low Taktik. Das funktioniert sehr gut. Da könnt ihr die Marketstruktur sehr schnell erkennen. Und könnt dann auch einfach eure Breakouts dann traden. Wenn ihr dazu dann noch meine anderen Videos geschaut habt. Und eure Supply, Demand Zones auch noch mit in die jetzige Higher High, Higher Low Analyse mit reinpackt. Das heißt, ihr kombiniert das Ganze. Dann auch noch mit dem anderen Video von mir mit den Time Zones. Glaubt mir. Wenn ihr das alles zusammen kombiniert, dann habt ihr da eine richtig geile Strategie, die ihr euch quasi selbst zusammengebaut habt. Also schaut meine anderen Videos an. Da findet ihr alle Infos dazu. Ich hoffe, es hat euch heute hier gefallen. Ihr konntet was mitnehmen. Und ansonsten sehen wir uns dann im nächsten Video. Kommentieren und liken nicht vergessen. Bis dahin. Ciao, ciao.